Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass das erste Mal unsere graue Wand im Hintergrund ist und es passt doch fast mit meinem Pulli zusammen. So gut! Hey, ich hoffe es geht euch gut. Heute, ein bisschen vertschudert, irgendwie dieser Büschel hat einfach seinen Platz noch nicht gefunden. Aber lasst euch bitte nicht davon abhalten. Jetzt, ich habe gedacht, ich spreche einmal ein Thema an, das ehrlich gesagt relativ viel Mut braucht und ich ewig nicht gecheckt habe, wie viele Leute das betrifft. Jetzt, ich habe ja doch schon einiges durchgemacht in meinem jungen Leben und durchgemacht im Sinn von Ernährung. Von Magersucht, zu Fressattacken, zu Heisshunger, ich unterscheide das immer so ein bisschen, zu wieder ein extremes Essverhalten zu tracken. Ich habe eigentlich alles gemacht, ausser den Brücken. Und mir war lange nicht bewusst, dass es ein Thema gibt, das irgendwie sehr zentral war, aber trotzdem mega wenig Raum eingenommen hat. Und ich habe das letztes Mal in einer Beratung angesprochen und dann ist herausgekommen, dieser Person geht das auch so. Und dann habe ich das nochmal angesprochen, bei jemand anderem und es geht ihnen genauso. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich glaube, das ist viel grösseres Thema, als ich je gemeint habe. Und darum möchte ich heute über dieses Thema sprechen. Und zwar, ganz einfach gesagt, geht es um das Thema, das Gefühl zu haben, man kommt zu wenig zu essen rüber. Ich weiss, es klingt echt witzig auf eine gewisse Art und Weise, aber ich glaube, dass das in vielen Fällen viel verankerter ist, als wir meinen. Also schaut, was ich mit dem sagen möchte, ist, ich bin aus einer Essstörung rausgekommen. Andere kommen vielleicht aus einer Diät raus oder was auch immer. Und was ich mega oft gehabt habe, und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist eines der wenigen Themen, wo ich wirklich fast keine Mühe habe, um darüber zu sprechen, weil ich weiß auch nicht, dass das so ein bisschen missverstanden wird. Aber ich habe wirklich Angst gehabt, zu wenig zu essen zu bekommen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um ein Event geht. Sagen wir, wir hatten im Geschäft ein Apero gehabt. Ich habe tatsächlich so viel von meiner Energie auf das Essen geleitet, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte zu wenig bekommen. Ich glaube, mein Körper ist wie in einer Art natürlich von diesem Hungermodus gekommen. Und hat vielleicht wie Angst gehabt, dass es je wieder dort zurückgehen könnte. Und ist darum wie in diese Angst oder Panik reinkommen. Und darum habe ich eben das Gefühl, dass es bei Leuten, die jäten, auch ein bisschen so gehen könnte. Jetzt, ich weiss, für jemanden, der das, glaube ich, nicht hatte, kann das wahrscheinlich sehr schlecht nachvollziehen. Und das wird alles mega weird klingen. Darum, wenn ihr das nicht rafft, dann schaltet einfach weg. Weil ich glaube, das klingt wirklich komisch. Also, ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, ich brauche immer eine grössere Portion. Ich muss immer noch etwas mehr haben. Ich habe auch sehr viel zu Nahrungsmitteln gegriffen, die so etwas stopfiger sind. Also, zum Beispiel, was mir jetzt einfach so etwas in den Sinn kommt, ich habe nie eine Wasserglasse genommen. Ich habe immer ein kalorierreiches Glasse nehmen. Also, irgendetwas, das mich satt macht. Ein Rahmglasse oder ein Gornet. Und es musste unbedingt noch Schokolade daran haben. Und einfach, dass ich genug habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss genug davon haben. Oder auch, wenn es zum Beispiel darum ging, zum Kochen. Ich habe nie normale Portionen gekocht, in dem Sinn. Weil ich Angst hatte, dass ich davon nicht genug habe. Und ich glaube, das ist etwas, ich weiss nicht, wie sich das in meinem Fall so wirklich ergeben hat. Weil ich habe mir ja mega lange keine Gedanken um das gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe das heute nicht mehr. Also, ich weiss einfach so viel, wie ich satt bin. Und dadurch habe ich das Angstgefühl nicht mehr so. Aber in der Beratung ist mir jetzt aufgefallen, dass Leute, die eine Diät gemacht haben, oder eben auch aus einer Essstörung herauskommen. Ich glaube, vor allem die aus der Diät haben fast ein wenig Probleme mit dem. Weil die haben ja vorher meistens zu viel gegessen. Dann haben sie die Diät gemacht und dann kommen sie in die Angst ein, vom Nicht genug bekommen. Und dann rutscht es halt eher wieder ins Übergewicht ein, weil sie dann halt einfach wieder zu viel essen. Und ich glaube, dort ist es wirklich ein grosses Problem. Und ich glaube, wenn man das erkennt, kann man mega gut mit dem arbeiten. Weil man seinem Körper dann wie sagen kann, hey, du kommst schon genug rüber. Das ist nicht eine kurze Periode, in der ich dir jetzt einfach wieder Essen gebe und dann nehme ich es dir wieder weg. Sondern du kannst wirklich über einen langen Zeitrahmen darauf vertrauen, dass ich dir wieder Essen gebe. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was ich mit meinem Körper gemacht habe. Also ich habe wie einfach versucht, Frieden zu schliessen und so ein wenig wahrzunehmen, was er braucht, was er nicht braucht. Wie viel das er davon braucht. Ich meine, das ist etwas, was einfach mega relevant ist. Die ganzen Essensmengen. Und gerade nach einer Essstörung, ich sage euch, das ist das grösste Thema, das einfach nicht besprochen wird, sind normale Essensmengen. Weil, was ist eine normale Portion? Mir hat im Leben niemand gesagt, was eine normale Portion ist. Also ich habe zum Beispiel auch, gerade so nach meiner Essstörung, ich habe viele, damals noch, bei verschiedenen Familien zu Mittag gegessen. Und ich habe so einen Hunger gehabt. Ich konnte das nicht am normalen Esstisch stillen. Weil das, glaube ich, echt ein bisschen wir rausgekommen wäre. Weil das sind wirklich eigentlich fast regelmässige Heisshungerattacken gewesen. Und ich kann mich so gut erinnern, wenn ich manchmal nach Hause bin und einfach nach dem Mittag ein ganzes Pack Cornflakes gegessen habe. Ich habe das wie gebraucht. Und das zu lernen, weil in einem Spital, sie schauen einfach, dass man wieder isst. Aber auch dort, ich kann mich so gut erinnern, sie hat mir dort ein Ernährungsprotokoll geschrieben. Und hat aufgeschrieben, ich soll zum Morgen ein Gemüse Joghurt essen mit, ich weiss gar nicht mehr, ein Stück Brot, Frucht, was auch immer. Jedenfalls zum 9 Uhr hat sie mir aufgeschrieben, ein Farmer-Regel. Und ich habe gedacht, Alter, ich wüsste nicht, wann ich einen Joghurt essen sollte. Und ich wüsste auch nicht, wann ich einen Farmer essen sollte. Weil das ist das Allerletzte, an dem ich mich getrauen würde. Und es hat mich viel mehr gebracht, wenn mir auf meine Bedürfnisse eingegangen und die Nahrungsmittel aufgeschrieben, die ich mich getraue. Aber dafür in Mengen, die auch Sinn machen. Weil ich bin eigentlich vom Undereating ins Overeating gegangen. Also von viel zu wenig zu viel zu viel zu völliges Falsches, dass es mir genauso schlecht gegangen ist wie vorher. Und das ist eigentlich das, was ich mega gerne thematisieren würde. Und auch dem mehr Gewicht schenke. Ich weiss halt einfach nicht, wieviel das da aussen tatsächlich interessiert. Darum, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen Themen, stellt sie wirklich. Ich glaube, wie jetzt auch bei diesem Thema. Es gibt mega viele Sachen, die ich nicht mehr so mich daran erinnern möchte. So aktiv. Aber wenn ich danach gefragt werde, kommen mir die Erinnerungen wieder. Darum stellt wirklich Fragen, wenn ihr irgendetwas zu diesem Thema wissen wollt. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir dann lernen, was normale Portionen sind. Egal, ob ihr aus einer Diät kommt, aus einer Magersucht, aus einer Bulimie, was auch immer. Aber einfach die normalen Portionen. Und ich muss sagen, ich finde, die Einkaufsberatung ist perfekt für das. Weil dort kann ich euch das genau aufzeigen. Wir sind zusammen im Migros. Wir schauen alle Produkte zusammen an. Wir schauen die Mengen davon an. Und so kann man sich wie ein Bild machen. Ich kann euch die Herdöpfel zeigen. Und ich könnte euch etwas darunter vorstellen. Und ich finde, das hilft mega, mega fest. Weil anders ist es einfach schwierig. Die andere Möglichkeit wäre zum Tracken, also zum Kalorien auszurechnen. Aber dort passiert es einfach mega schnell, dass jemand ins andere Extrem rutscht. Dass er nicht mehr wegkommt von dem. Und darum ist das eigentlich auch nicht die Lösung. Aber ja. Ich glaube, das, was ich euch mit diesem Video sagen möchte, ist. Ich weiss nicht, ob es einen Tipp gibt, jetzt gerade so, um aus dieser Angst herauszukommen. Aber ich möchte euch sagen, ihr seid nicht die Einzigen. Und vielleicht seid ihr euch das lange nicht bewusst gewesen. Und vielleicht habe ich nur jemandem hier draussen einen Aha-Moment verschaffen, und dann sagen, was scheisse krass. Ich habe Angst, zu wenig zu essen zu bekommen. Aus welchem Grund auch immer. Und das ist das, was mir so wichtig ist, dass wir wie achtsam sind, was das anbelangt. Also egal, eigentlich auf unseren ganzen Körper, auf unseren ganzen Geist, egal was wir machen oder ihr machen, machen wir es mit dem Bewusstsein. Und ich glaube, wenn wir das in unserem Alltag umsetzen würden, gäbe es uns so, 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 so viel besser. Ich sage auch in der Beratung immer, ich verbiete niemandem irgendein Lebensmittel. Auch mir selber nicht. Aber ich esse es immer mit Bewusstsein. Also ich sehe jetzt gerade hier hinten zum Beispiel, liegen Öpfelringli. Und ich finde, man sollte alles essen können. Weil ich esse die, aber ich mache das bewusst. Früher habe ich packigeweise süsses Essen, eb Kuchen, eb Guetzli, Schoki, was auch immer. Ich habe das gestopft und ich war wie in einem Blackout drin. Und das habe ich, ich habe gerade letztens probiert darüber nachzudenken, wenn ich das letzte Mal eine Fressattacken hatte. Weil das ist Jahre seit her. Und das ist wirklich so etwas, wo ich euch so gerne näher bringen würde, dass ihr das Essen anfangen zu schätzen. Also, dass ihr aufhört zu stopfen. Und aufhört zu hungern. Und euch mit den Nahrungsmitteln anfangen auseinanderzusetzen. Was tut eurem Körper gut? Was tut eurem Geist gut? Was tut eurem Seelen gut? Essen mit Liebe zubereiten. Essen mit Liebe. Und nicht einfach, um euch zu bestrafen. Oder um... So viele haben negative Gefühle beim Essen. Und das möchte ich eigentlich unterbinden. Oder hoffe, ich kann ein bisschen einen Teil dazu beitragen. Dass ihr das nicht mehr macht oder weniger macht. Und darum... Ich glaube, der abschliessende Satz ist... Nein, es ist nicht ein Satz. Ich glaube, es sind etwa 5 Sätze. Aber mein Tipp ist... Essen bewusst. Essen, bis ihr satt seid. Überesset euch nicht. Essen das, was ihr gerne habt. Weil dadurch verschwindet das Verlangen danach. Es wird nicht mehr so speziell sein. Und dadurch verliert es auch seinen Reiz. Ähm... Hebt nie Angst, ihr kommt nicht genug über. Probiert euch in diesem Moment auch zu reflektieren. Weil auch wenn ihr in diesem Moment nicht genug bekommen würdet... In unserer heutigen Zeit kommen wir überall zu essen rüber. Also auch wenn ihr an einem Event sind, an einer Hochzeit, wo es zu wenig zu essen gegeben hat. Ich werde nicht sterben, wenn ihr einen Tag mal zu wenig essen. Oder ich gehe dann einfach noch irgendwo hin. Wenn ihr merkt, es geht wirklich noch. Ich habe wirklich noch so viel Hunger. Ich könnte auch mal ein Glas Wasser trinken. Oder ich gehe dann noch an eine Tankstelle, wenn es ein absoluter Notfall ist. Aber kommt weg von dem... Ähm... Wie soll ich sagen, von dem... Unkonzentrierten... Also wenn man ja in dieser Situation ist, kann man auch nicht mehr so gute Gespräche führen. Und sich unterhalten und das Soziale geniessen. Probiert wegzukommen von dem. Probiert euch auch von eure Mitmenschen, zum Beispiel jetzt an so einem Event oder im Restaurant, wo auch immer, zu konzentrieren, das zu geniessen. Und ich glaube, es wird von Mal zu Mal besser werden. Das würde ich mir auch mal wünschen für euch. Also, ich hoffe, das Video hat eben... Wenn nur jemandem da draussen geholfen, würde ich mich sehr freuen. Und danke vielmals, habt ihr zugeschaut. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video mega gerne einen Daumen nach oben. Und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, diesen Kanal zu abonnieren. Dann könnt ihr das hier unten machen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Hebt euch Sorge. Tschüss!